Und 84 Oskar, Oskar Halt die Beine so Reinwampeln nochmal, nochmal rein, nochmal rein Unlässt, bleib so, bleib so Halt die Beine so Halt die Beine Jawohl, und lächeln, lächeln Vakuum Beine, Tim, Beine Jetzt hast du Sie in Vakuum, Bruder Ja, was hast du? Halt die Beine, Halt sie, Halt sie Ja, jetzt Beine Komm, nochmal Vakuum, komm Oh, Beine, Beine Jawohl, Tim Hau die Beine raus Jawohl Dann halt sie endlich Seitliche Brustpose Runter, runter, um die Beine Glut, 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 Glut Stark Wunderschön geschwitzt Jawohl Drück den WZ-Rückenansicht Komm, jetzt halt den Beinbeuger, Tim Halt den Beinbeuger, rechts Schau in die Rücken Rechts drücken Halt die Beine Jawohl Du hast die besten Beine Halt die Seitliche Twizet-Pose Und die ist auf dir Unlächeln, unlächeln Jawohl Richtig Brust Rücken, 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 rücken Auf die Beine Jawohl Und lächeln Lächeln, lächeln Rücken, rücken, rücken Jawohl Und eine klassische Pose Und wieder folgens Rücken, 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 rücken deeply Aber gleich wieder die Grundstellung. Auch jetzt geht es gleich weiter mit der Bewertung, wenn ihr wieder auf der Seite steht. Alles gut! Und dann werden die Kampfrichter auch gleich den zweiten Verhandlungen. Einen! Du auch! Mit der Fallspann sich nie an! Schaut uns das voran! Glaubst du in der Vorbereitung einen Tag, wo du aufgeben wolltest oder dran mal gedacht hast? Natürlich nicht! Ein Applaus für die Jungs, weil keiner aufgegeben hat! Es war auch nie Hunger da, ihr habt alle das ganze, ganz easy durchgemacht. Aber ihr habt alle ein Ziel. Und das so verfolgt, dass ihr heute hier steht. Das ist auf jeden Fall Respekt verdient. Und es ist auch echt schade, 15 starke Jungs, davon kommen nur 6 im Finale. Das heißt, neun werden heute leider enttäuscht. Aber auch trotzdem mal zu sagen, dass die heute hier stehen, ist schon eine Leistung. Eine deutsche Newcomer-Meisterschaft sich suchen. Mit dabei zu sein, so in Form zu sein. Und am Schluss ist es halt immer so, nur die besten 6 können sie das Finale schaffen. Aber es geht weiter. So, wir machen weiter mit den Startnummern 73, 74, 87 und 88. 87 87 88 88 89 9 9 10 9 10 9 10 10 11 13 12 13 14 14 Halt die Beine, Tino. Jawohl. Halt die Beine. Seitliche Brotpose. Schneller, komm. Das ist nicht gut. Schnell. Und zu mir drin. Arsch. Zu mir, zu mir. Jawohl. Doppelrizeff, Rückenansicht. Groß bleiben. Beuger, Test, Kopf. Ruck auf den Beuger, jawohl. Und rein. Und Druck auf den Beuger. Sehr gut, Rucker. Seitliche Trizeff-Pose. Und fertig werden. Und schneller. Lose raus. Zu mir, zu mir. Lose raus. Luft, Luft raus. Glut. Bauch und Beine. Und die Hachsen durch. Jawohl. Die Hachsen durch. Anderes. Lose raus. Anderes. Und eine klassische Pose. Ja, schön. Ja, schön. Beine. Ja. Vielen Dank. Sehr schön. Euer Applaus. guaria, zeig denen alles. In der Mitte. Uriah. Die A-Konkose. Beine anspannen. Ja. Luftraus. Beine anspannen. Beine anspannen. Beine anspannen. Beine anspannen. Beine anspannen. Beine anspannen. Seitliche Brustposen. Geh mehr runter. Ja. Doppelbizeps-Rückenansicht. Beine anspannen. Beine anspannen. Beine anspannen. Julian! Beine anspannen. Läng dich zur Ruf. Seitliche Trizeps-Pose. Das ist deine Bose. Das ist deine Bose. Komm mal. Luftraus. Anstander. Bauch und Beine. Beine anspannen und Luftraus. Genau. Genau so. Eine klassische Pose. Und Läschen. Dankeschön. Euer Applaus, Jungs. Unsere Vorwahl. Der Classic Physikklasse. Ein richtig starkes Teilnehmerfeld. Auch nochmal gesammelt für euch alle. Einen Applaus. Superklasse. Eine der stark besetztesten Klasse in der ganzen Weltbahn. Und vielen Dank an euch. Ihr dürft die Bühne verlassen. Sechs von euch sehen wir gleich im Finale nochmal. Aufmerksamkeit. 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 Aufmerksamkeit.